Macht mit bei Fast Forward Science, dem Web-Video-Wettbewerb für die Wissenschaft. Ja! Top! Super! Hammer! Aber warum eigentlich? Ja, weil Wissenschaftsvideos einfach Spaß machen, weil ihr kreativ sein könnt und weil es jede Menge zu gewinnen gibt. Also nicht nur Geld, sondern auch richtig viel Renommee. Weil es für euch Wissenschaftler die Chance ist, mit dem Web-Video zu experimentieren und euren Kommunikationsspielraum zu erweitern. Weil ihr als eingefleischte Web-Video-Macher die Gelegenheit nutzen könnt, euch mit brandaktuellen Forschungsfragen auseinanderzusetzen. Das ist doch sensationell. Weil es wichtig ist, dass Wissenschaft auf YouTube Gehör findet. Für unser Nachwuchs sind Web-Videos oft die Informationskülle Nummer 1. Überzeugt? Dann bewerbt euch! Alle Infos findet ihr unten im Text und noch ausführlicher auf fastforward-science.de Tschüss!